Ich bin der Philipp, arbeite hier im Unternehmen seit sieben Jahren, habe hier meine Ausbildung begonnen als Kaufmann für Speditionen und Logistikdienstleistungen, wurde dann erfolgreich übernommen und bin hier zuständig für den Verkauf von eigenen Transporten, Abfallladungen, disponiere LKWs und bin für den Palettenbearbeitung zuständig, also Buchepaletten und Palettenretourer. Die TG ist sehr zuverlässig als Arbeitgeber, unabhängig und was auch wichtig ist, was wahrscheinlich auch manchmal nicht so gesagt wird, aber es ist halt immer eine pünktliche Bezahlung. Ich schätze besonders, dass wir ein gutes Team sind auf Arbeit, wir uns alle gut verstehen und tatkräftig zusammenarbeiten. Wir treffen uns dann manchmal auch nach der Arbeit und gehen zum Beispiel zum Fußball, zu Fußballspielen, können auch das ein oder andere Bier gemeinsam trinken. Deine